Norddeutscher Rundfunk 2021 Wann schreibt ihr Prüfung? Am 4. Februar ist unsere erste Prüfung. Da ist ja noch ein bisschen hin. Aber er hätte doch gar nicht umdrehen brauchen, wenn ihr auf der Kreuzung seid, immer weiter gehen. Hä? Aber ist doch rot! Ganz einfach. Eine Situation, die wir alle kennen, wir gehen über die Straße und plötzlich wird die Ampel rot. Wie bei unseren beiden Damen im Film vorhin. Doch was sollen wir jetzt tun? Umkehren oder einfach weitergehen? Wir können weitergehen, denn bei jeder Ampel gibt es, was man die Zwischenzeit nennt, und die werden wie folgt berechnet. Wir nehmen an, ein Fußgänger, hier zum Beispiel, beginnt gerade über die Straße zu laufen und gerade dann wird die Ampel rot. Aber es wird jetzt gerechnet, er läuft ganz normal weiter, im normalen Tempo so 4-5 km pro Stunde und erst wenn er die andere Straßenseite erreicht hat, frühestens dann wird die Ampel für den Autoverkehr auf grün geschaltet und die Autos können losfahren. Daher können wir unseren beiden Damen die Empfehlung geben, sobald man auf der Straße ist, einfach weitergehen, auch wenn die Ampel auf ruht.